Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Patch 927 für Shadowlands am 17. August live gehen wird? Der eine oder andere eventuell nicht und deswegen dachte ich mir, lese ich mal heute für euch die Patch Notes vor. Geht's euch schon rein in Feature Nummer 1 und zwar Update für das Auktionshaus regionsübergreifende Handelswaren. Auktionshäuser auf allen Realms einer bestimmten Region teilen sich jetzt die eingestellten Handelswaren. In Klammern Edelsteine, Kräuter, Fläschchen, verbrauchbare Gegenstände und so weiter und so fort. Mit Edelsteine ist vermutlich der Sockel oder die Sockel gemeint und mit einer bestimmten Region ist halt Amerika, Europa und so weiter und so fort gemeint. Also bei uns ist es so, dass wir dann europaweit die Edelsteine im Auktionshaus bzw. Kräuter sehen werden. Also wenn wir zum Auktionshaus gehen und Kräuter kaufen wollen, sehen wir auch die Kräuter, die angeboten werden, halt auf europäischen, englischen Surfer oder italienische Surfer oder spanische Surfer und so weiter und so fort. Könnte eventuell dazu führen, dass die Sachen billiger werden. Also ich würde behaupten, es wird dann alles billiger, aber vielleicht täusche ich mich da auch und es wird alles teurer. Mal gucken. Und dann geht es ja auch schon weiter. Gegenstände, die keine Handelswaren sind, wie etwa Rüstungen und Waffen, bleiben aber weiterhin RIM-spezifisch. Also es betrifft wirklich nur hauptsächlich die Handelswaren bzw. verbrauchbaren Gegenstände. Geht es weiter zu Update Nummer 2. Das Auktionshaus wird Teil der WoW-Companion-App. Spiele haben jetzt folgende Möglichkeiten in der WoW-Companion-App. Aktuelle Auktionen durchsuchen und ansehen, auf Auktionen bieten und Sofortkauf, nach Auktionen suchen, Gegenstände von der Favoritenliste entfernen und hinzufügen, eigene Auktionen ansehen und abbrechen. Kommentar der Entwickler dazu. Wir freuen uns sehr, das Auktionshaus wieder in der WoW-Companion-App verfügbar zu machen. Das neue Update ermöglicht es, Spielern in der App Käufe zu tätigen, Angebote anzusehen und mehr. Da wir das Auktionshaus-Feature in einem kürzeren Zeitrahmen anbieten wollten, haben wir das Einstellen von Angeboten vorerst ausgeklammert. Uns ist bewusst, dass der Verkauf von Gegenständen ein sehr beliebtes Feature des früheren mobilen Auktionshausens war. Wir wollten Spielern aber so schnell wie möglich Zugang zu vielen der regelmäßig genutzten Features bieten und halten uns mögliche zukünftige Erweiterungen für die App offen. Wir wollen Verbesserungen vornehmen, während wir Spielernutzung, Risiken und Entwicklungsaufwand für den technischen Rahmen abwägen, der zur Unterstützung zukünftiger Updates nötig ist. Mehr zu diesem Update erfahrt ihr in unserem aktuellen Beitrag. Ja, das beliebteste ist also nicht dabei. Man kann nicht in der WoW-App Auktionen einstellen bzw. verkaufen, anbieten, whatever. Also das beliebteste Feature fehlt mal wieder, würde ich sagen, ist nicht so geil. Und mit aktuellen Beitrag ist übrigens das hier gemeint. Da haben sie nochmal ein bisschen Geschichten erzählt über das Auktionshaus in der WoW-Handy-App sozusagen. Und so sieht das Ganze dann aus, ja, relativ neu natürlich, also passt. So sieht es ja auch, ja, relativ ähnlich aus in-game. Natürlich nicht ganz so klein, ein bisschen größer und übersichtlich alles. Aber trotzdem ist, glaube ich, ganz gut. Zum Beispiel kann man dann vielleicht, wenn man irgendwo im Real Life unterwegs ist, nochmal schnell Fläschchen einkaufen und die dann dementsprechend, wenn man sich einloggt, aus dem Briefkasten rausholen, sodass man das nicht unter Stress noch schnell vom Raid machen muss. Kann man also dann alles im Handy erledigen. Ansonsten, wie gesagt, die Sachen einstellen, anbieten, verkaufen, whatever. Auktionen anbieten. Geht leider noch nicht. Aber natürlich könnte es in Zukunft, ja, gehen, wenn Blizzard das mal irgendwann dann updatet. Jetzt ist die Frage, ob sie das wirklich aktiv dann updaten oder ob sie das dann so ein bisschen wieder liegen lassen. Und ja, scheiß drauf, wird wahrscheinlich nie kommen, dass man da in der WoW-Handy-App Auktionen anbieten kann. Das ist auf jeden Fall Feature Nummer 2 gewesen von Patch927 für Shadowlands. Und Feature oder Update Nummer 3 ist Benutzeroberfläche und Zugänglichkeit. Ein neuer Chat-Channel für die Suche nach und das Anbieten von Diensten wie Schlagzüge, Dungeons oder PvP-Aktivitäten wurde hinzugefügt. Handel in Klammern Dienste. Damit ist Boosting gemeint. Kommentar der Entwickler dazu. Der Handels-Chat, der seit 18 Jahren im Spiel verfügbar ist, bleibt weiterhin erhalten. Aber wir wollten einen neuen Channel hinzufügen, um Nachrichten rund um Anfragen und Werbung für Dienste wie Schlagzüge, Dungeons und PvP-Aktivitäten in eine eigene Bahn zu lenken. Wenn ihr diese Art von Dienstleistungen kaufen oder verkaufen wollt, dann ist das der richtige Channel für euch. Wenn ihr daran kein Interesse habt, könnt ihr den Channel verlassen und diese Art von Nachrichten umgehen oder sie in einen eigenen Chat-Reiter verschieben. Wir glauben, dass ihr mit dieser neuen Unterscheidung dafür sorgen könnt, wir glauben, dass ihr mit dieser neuen Unterscheidung dafür sorgen könnt, dass der Handels-Chat dem traditionellen Kauf und Verkauf von Gegenständen und Berufen vorbehalten bleibt. Also, ja, alles was Boosting betrifft, soll in diesem neuen Chat-Channel-Handel in Klammern-Dienste stattfinden. Ist halt die Frage, ob die Community auch sich wirklich daran hält oder ob sie weiterhin noch den Altbekannten, den man halt momentan schon benutzt, seit 18 Jahren benutzt, für Boosting-Stuff, ob die einfach weiterhin da drin rumspammen. Ich könnte mir vorstellen, dass Blizzard dann härter gegen diese Spammer vorgehen werden, wenn sie weiterhin in diesen aktuellen Handels-Chat auch Boosting anbieten, weil, ja, mit diesem Update haben wir ja dann endlich einen Boosting-Handel in Klammern-Dienste-Chat, der extra dafür ja nur erstellt worden ist. Also, alles was Boosting betrifft, entweder wenn man Boosts verkaufen will oder kaufen will, dann sollte man auf jeden Fall in diesen neuen Chat-Channel reinschreiben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Suche Boost für M-Plus-15er Weekly Key oder Verkaufe Boost für M-Plus-15er Weekly Key. Und ja, das soll alles in diesem Channel hoffentlich stattfinden. Ich bin ein bisschen skeptisch, könnte mir vorstellen, dass die Community einfach drauf scheißt und trotzdem weiterhin überall rein spammt, auch in den normalen Handels-Chat. Das wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten und dann kann man in den traditionellen Handels-Chat wieder mehr Spaß haben oder er ist wieder hoffentlich übersichtlicher. Ich frage mich nur, wer das noch großartig macht, weil wenn wir mal ehrlich sind, so viele benutzen jetzt auch nicht den Handels-Chat und verkaufen da irgendwelche krassen Gegenstände oder Berufe-Items. Klar, ab und zu sieht man mal was, vielleicht ab und zu mal ein Schnapper dabei, aber das ist eher die Seltenheit und wenn ich mal den Handels-Chat lese, in 99% der Fälle ist da natürlich nur Boosting-Shit drin, ansonsten ist da manchmal auch einfach nur Shit-Talk drin, wie zum Beispiel irgendwas mit anales Einäschern oder anale Verbrennung oder sonst was. Also das weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt, was die hier hingeschrieben haben. Aber gut, für die normalen WoW-Spieler ist es eine gute Sache und man kann, wie gesagt, im Zweifel auch einfach diesen Chat verlassen. Das kann man aber auch schon aktuell machen mit dem Handels-Chat, also da hat sich jetzt auch nicht so viel dran geändert. Ja, das waren eigentlich auch schon alle Sachen zu diesem Patch 9.2.7. Also ich finde es wirklich krass, wie wenig Features dieser Patch beinhaltet, im Prinzip nur drei Sachen und das war es dann auch schon. Also ich bin mir relativ unsicher, ob wir schon mal so einen kleinen Patch hatten mit so wenig Features drinne und dieser Patch oder auf 9.2.7 wird wahrscheinlich dann auch Shadowlands enden, 9.3 wird es ja nicht mehr geben und dann warten wir jetzt bis Dragonflight Pre-Patch sozusagen. Das ist anscheinend das Ende von Shadowlands, das ist der letzte Patch. Ist ein bisschen unglücklich vielleicht, dass so wenig Features da nur mal reingemacht wurden. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen oder geholfen hat, dürft ihr gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich da nicht, schreibt mir gerne mal eure Meinungen zu diesem Patch 9.2.7 in die Kommentare rein, würde mich interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen, haut da rein, ciao, ciao. Dしょ, tsch this kann aus OF goth, sagen wir mal, ich bin wieder�� ein Sam jour, auch hier감을 von super zu diesem avoinem dass jetzt das auch immer poi reicht, aber konnte zu auch chimißen in paseí, als er dominy fabulous will, aber ich mache jetzt schon, es bin aus Vollz 셋ig, wie scoop S�� und riesen, comme dannięcy ye begeistern. Untertitelung des ZDF, 2020